Ja gut, die Bomben sichern. Scheiße. Oh, okay, super, direkt. Oh, geil. Eingangsstimmung, oder was? Hier, warte mal, ich mach hier mal so ein Ding rein. An die Tür. Und da hast du eine Kappkern dahinter. Die Wand wurde verstarb. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Hast du sie? Hab's ja. Ey, ich stresse dich. Aua. Jetzt nicht richtig. Fünf Sekunden noch. Bleiben wir hier drin, wieder? Oder? Macht euch anrufsbereit. Na, herzu. Ich weiß nicht, hier drinnen würde ich nicht bleiben, das ist so weit außen. Ach, ihr habt da drüben schon verstärkt. Ja, aber nur an gewissen Wänden. Ganz zwischendrin hast du noch... Da ist er, da kommt was rein. Da war irgendwas eben interessant. Okay, nix. Ah ja, ja, ja. Ohne. Ganz zwei. Hab's denn. Hier. Da ist ein Schild. Da ist kein Schild. Da ist ein Schild. Okay, aber wir bringen sie. Okay, ich hab C4. Lass mal reinkommen. Na ja, die haben hier vorne die Tür aufgesprengt. Die gehen rechts irgendwo rein, glaube ich. Ja, die Termiten bei uns. Schild vom Hauptengel. Da ist ein Schild. Hier ist ein Schild. Ah, das Schild wollte gerade unten reinkommen, ey. Beim letzten Breach hab ich den erwischt. Ich sag dir, ob sie irgendwo kommen dann, Jay, ja? Ja, ich hab die Dings-Tür im Auge mit dem... Okay, ich hab's Schindster im Auge. Wer hat vor dem Gang getroffen? Im Hauptgang ist auch einer. Ey, irgendwo unten ist einer. Ja, nee, ist klar. Boah, da oben ist einer. Ich werde erschossen. Fuck. Sind bei mir drin. Kriegst du das noch? Fuck, die sind bei A. Ich hab doch gesagt, dass sie bei mir sind. Oben ist aber auch einer. Jonas, oben. Guck mal, die Treppe oben. Ja, ja. Der in Scherwa ist genau bei der Bombe. Wo war der? Den Treppe hoch. Den hab ich. Der in Scherwa liegt genau bei der Bombe. Treppe hoch. Wir müssen bei A rein. Bei A. Ich hab, ich, der Flur ist clear. Fuck. Wo war der? Im Container. Im Container. Nein, ey. Ich hab ihn doch noch. Ey, ich komm grad um die Ecke, ey. Ich will euch mal anzusagen, wenn ihr umgelegt werdet, woher es kommt. Ja, ich muss erst mal in der Killcam gucken, wo es ist. Das ist nicht, weil ich so lange überlebe. Äh, überlege. Das ist halt nicht, weil du so lange überlebst. Dauert halt einen Moment, bis du die Killcam siehst. Shit, ey. Das ist doch ein scheiß Spot da unten. Ganz ehrlich. Du hast auch so viele Möglichkeiten reinzugehen. Wir haben uns jetzt gerade von allen Seiten gegeben. Ich war so richtig umzingelt. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Die sind gerade im Flur um mich rumgehuscht und da hab ich erst gerätselt, wo es herkommt. Dass ich gepeilt hab, dass sie über mir sind. Okay, hier ist ein Vorsicht, Vorsicht, nicht ranfahren. Ja, ja, ich seh schon. Ja, die sind auch hier unten. Ja, selbe Position. Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Von unten nicht hochfahren, da ist ein Jammer. Ich bin down. Die Kamera ist down. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Dun, 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 camera down. Jonas übernimmt die Roma-Überwachung. Ja, ich versuch mich von oben durchzuspringen. Wenn es da überhaupt einen Place gibt, ich weiß gar nicht. Doch. Geißen. Bei B kannst du auf jeden Fall eine Klappe aufbrechen. Passt du nur auf Russia auf? Irgendwie. Na, Kanada. Noch nicht. Kanada. Kanada. Okay, warte, ich setz mal hier einen Spot an. Warte, da, da mach ich einen ran, Helga. Oder du machst einen ran. Oh, Autoschutz. Drohne ist bereit. Setz eine Sprengladung ein. Drohne bereit. Athena scheint clear zu sein. Ja, ist keiner drin. Dann mach ich auf. Ja, ich hab hier neben schon ein Loch drin. Außer vorm Auto. Vorm Auto sehe ich nicht. Aber vorm Auto sollte keiner sein. Ne. Oh, das haben sie jetzt gehört. Warte mal. Drohne unterwegs. Sein Bereich räumen. Okay, ich weiß, wo einer sitzt. Einer ist geradeaus durchgelaufen. Boah. Boah. Habe weiter. Wollte nicht crushen. Oh, hinter mir. Peter draußen. Der kommt durch das Loch rein. Welches Loch? Der kam die Leiter hoch. Der kam von... Aus dem Keller kam der. Der ist wieder runter in den Keller gesprungen. Was bist denn du? Ja, da ist er hochgekommen. Wieder runter. Ah, nein. Da ist eine Falle. Ich bin so ein Idiot. Oh, das war typisch. Wurde entdeckt. Was ist denn der Kamerun da? Wir haben uns die ganze Zeit über die Kamera beobachtet. Ja. Oh, das ist eine Verraffer-Runde von mir gerade. Drei gegen drei. Auf, Jungs. Boah, Scheiße. Ich darf jetzt ablenken. Da kommt er wieder hoch. Da kommt er wieder. Sauber. Genau deswegen habe ich das gemacht. Hahaha. Kleiner Drecksack, ey. Ja, zwei gegen zwei. Kommt schon, ihr Bubens. Warum kommt er denn jetzt? Deiner, Deiner. Boah. Noch einer vom eigenen Trupp. Komm von links, Peter. Probier's über eine andere. Posi. Scheiße, Scheiße. Neutralisiert. Ich habe ihn aber getroffen. Ich muss ihn eigentlich wegmachen müssen, aber... ...schönen Sie sich geschossen. Ne, es kann doch nicht sein, dass sie jetzt schon 2-0 führen. Hallo? Hehehe. Geht. Das ist das Problem, wenn die beiden Hauptruler, ihr beiden, Kjellberg und Hintz... Du ruß es vor euch. Ohne Kill. Eieieie, Jungs, Jungs, Jungs. Die Runde ist nicht so gut, ne. Warum hat er eigentlich so viele Punkte? Das ganze Ding jetzt drehen. Ohne Kill. Bitte ein Duff. Weil er viel verteidigt hat oder so. Die Bomben schützen. Und ein Assist? Pst. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Ich verneide sie. Magazin wird geladen! HVS ist platziert und einsatzbereit. Meine Position ist leer! Der Boden ist verstärkt! Nur noch 10 Sekunden. 50 Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsverein. Die Platte weitergeben. Schnelle Willkommensmatte auf! Da liegt einer da oben im Containerraum. Noch einer. Legen zwei da oben im roten Containerraum. Warte, 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 warte. Geh weg. Moni nicht. Oh, Manu, vorsicht. Ja, ja. Kannst du zwei wegmachen, gell? Ja, ich suchse. Wenn eine Moni weggehen würde, dann würde ich C4 reinschmeißen. Ah, jawoll, Manu. Jawoll, Manu. Das bist du... Nein! Nein! Komm, wir sind von der Treppe, von der Treppe unten. Hab einen von unten. Da ist noch ein, den Shield da. Ich hab den ganz gut angegeben. War die von uns im Flur weggemacht, oder was? Warum achte ich denn auf Manu? Einer kommt von der Treppe unten. Von oben sogar kommt der runter. Ey, die Runde verraff ich so hart. Scheiße. Wer ist wieder da? Kommt von oben mit einer Drohne runter. Genau an der Treppe oben. Mit der Drohne bei A. Wer ist eigentlich von uns noch am Start? Payback und Hinsker? Ne. Der Russe. Kepp. Der Sledge kommt auf jeden Fall von drinnen. Das Schild ist irgendwo nach unten. Drohne kommt jetzt zum... Schild höre ich. Drohne fährt in den roten Container. Schild wird nervig. Der will ich nur ablenken. Ähm, Sledge kommt runter. Hat die Kamera gekillt. Schärfer platzieren. Letzter verbreitete Gegner. Das ist bestimmt der... Ja, der Schild hat ihn platziert. Er ist bei A. Jawoll. Und Entschärfer. Wo ist der Entschärfer? Wuh! Der eigene Trupp hat... Ich muss die Ecke rasiert haben. Bam, Junge. Entschärfer deaktiviert. Erfolgreiche Mission des eigenen Trupps. Sau sinnvoll, dass man denn immer sieht, wie du die Bombe zerhäust. Anstatt den letzten Kill. Ja, es zeigt ja nur, was der Runden sieht. Die entscheidende Situation. Quasi. Quasi. Quase. Quase? Ja. Auf, das ist jetzt der Anfang von deren Ende. Der Anfang von ihrem Ende. Gebt mir ein MG und alles ist schee. Und jetzt habe ich ein MG. Wir müssen eine Bombe aufführen. Ich fahr in den Keller. Ich fahr nach ganz oben. Ich bleib stehen. Okay. Schuss. Ich verkehre, ich war nach ganz oben. Ich bleib stehen. Habt's denn? Ich enthalte mich. Ey, schon wieder Erdgeschoss. Sieht's mich der Arsch? Nein. Oh nein, ich komm nicht durch. Doch, gar nicht. Ja, ich hab die Bombe wenigstens gefunden. Ja, ich. Die andere. Wie viel gegangen bist du denn da, Payback? Äh, speziell mal einfach. Spezial? Kenn ich ja gar nicht, ey. Boah, dann schießt er mich weg. Entschärfer wurde zurückgeholt. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Ich kenne er voll vor Raum, ey. Easy. Easy. Mir hat ein Orlepp schon abgeschossen, aber alles easy. Die Bombe. Ey, ich hab die Bombe. Warum ist denn da nie einer, ey? Soll ich da mal reinräumen, oder? Wart mal. Ne, ne, ne. Da hab ich schon reingeschossen. Ich hab die Bombe hier. Warte. Warte. Ne, da ist hinter der Wand ist keiner. Aber hier im anderen Raum ist einer. Was, der kam von oben, glaube ich. Jonas. Oder von unten wieder, ey. Da ist er. Ich weiß, wo er ist. Da oben ist ganz da kaputt. Ja. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ja, rein jetzt. Äh. Okay, da war eben einer, der ist nicht mehr da. Hehehe. Kommt aber jetzt. Hat der mich fast gehabt, die Bitch, ey. Boah, da ist einer. Einer drin. Einer drin. Kann ich sagen kannst, wo der unten ist, ne? Ja, da oben am Fenster war der wieder. Du hast doch einen unten gehabt, hast du gesagt. Nein. Da unten war auch einer, im Container drin. Ja. Alter. Hab ich auch gesagt. Ja, aber wo? Ja, im Container drin. In dem roten Container. Was soll ich sagen? Wo? Ja, rechts, links, Mitte. Ja, er kann schon längst wieder woanders da sein. Ja, da ist er. Achso. Er war draußen, wenn es dir geholfen hat. Der hat auch nicht in einer Ecke gelegen. Sonst hätt ich auch gesagt, wenn ich in einer Ecke lieg. Gehen wir mal B rein, Manu. Ja, ich würd gerne mal bei B wissen, ob da einer drin ist. Weil ich hab ja die Bombe. Achtung, von oben ist gerade einer runtergerannt gekommen. Die rennen halt so krass rum. Rein, draußen entdeckt. Hautseid. Komm, ich kann welches scotten wir. Ja, der eine kommt hier auf Deingang. Drei Stücke im Mittelgang. Hey, weg, hey, weg. Auf Deingang hier. Ich hab mir nicht lang getroffen. Nein, nein. Oh. Ey, du wirst mich verarschen, mal, du, oder? Alter, ja, der kommt. Links nämlich noch einer, ey. Ich hab mal eingelassen. Witzig, ich verarschen. Die kamen von zwei Seiten. Ich hab auf beiden Seiten einen gehört. Was hätt ich machen sollen? Ich hab mal nach links geguckt. Weiß nicht, ob da... Zwei Stück sind dann. Einen hast du? Ja, vor der liegt. Wechseln ins Magazin. Häng dich, häng dich mal ein Seil dran. Dann kannst du gucken. Da kommt einer, Jay. Da kommt einer am Hauptgang. Im Hauptgang. Ja, jetzt kommt einer. Jetzt kommt einer am Hauptgang. Jetzt rennt er zurück. Jetzt rennt er zurück. Nee, da liegt ein Leiche. Geht die Treppe wieder runter. Jetzt kommt er gleich wieder. Im Hauptgang an der Treppe runter ist er jetzt. Bisschen zu spät, ey. Ja, Mann. Jetzt kommt er wieder hoch, Jay. Okay. Das ist ein ganz anderer. Nee, ja, ja, aber trotzdem. Hauptgang, rechts, Treppe, unten. Er ist unten, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Dieser Dreck-Fuse-Scheiße da. Oh, scheiße. Dieser Dreck-Fuse geht mir so auf die Eier, ey. Er ist selber in die Luft gefußt. Nee. Die Dinger waren schon längst explodiert. Nice-Fuse. Nice-Fuse. Dieser Bug geht mir so auf die Eier. Den haben die auch erst reingepatcht. Alter, Mann, Mann. Ich bin alle, schon. Ich bin alle, schon mit Teach-Training. Er istylon muffin. Franz. ätveriges-Puste. ppa-Win. Ich bin alle, schon mit alles, hinni!